Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight Killerline. So, ich habe ein kleines Problem. Ich hatte jemanden in der Lobby. P100. Leck mir am Arsch. Jetzt ist mir ein bisschen blöde. Ja? Da reden wir ja dagegen. Jetzt folgen mir der Blutsprung. Hallo! Schön! Lass dich schon mal weg. Das ist gut. Bleib an den Expo, oder? Na klar! Das geht los hier. Ich nehme alle Paletten raus. Ich nehme alle Paletten raus. Und so rum. Oh! Hat sie mich doch erwischt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh. Ich mache alle Paletten raus. Wie? Ja, mein Hasi. Und hebs. Oh, wollte ich zwar nicht auch ausprobieren. Jetzt haben sie doch tatsächlich den ersten schon erwischt. Wer ist denn hier? Das ging schnell. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Und ab. Ah, dort ist die. Die hat 100. Oh! Oh! Wenn ihr das beide wollt, also... Ja! So! Wo bist du denn? Hier! Und hebs! Oh! 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 Ah, das bringt nichts, he? Wo willst du denn hin? Na los, schmeiß um. Oh, schade. Oh, don't move. Oh, don't move. No, aber. Oh, don't move. Ich hab dich gesehen, Sable. Auch mal schön. So eine nette Runde zum Abschluss einer Aufnahme. Ist doch ganz nett, oder? Oh? Oh, ein Wildpferd. Stimmt, ja. Da war ja was. Dann häng ich dich gleich hierhin. Ah! Ja, ich geh ja mit Absicht weiter weg. Vielleicht reitet sie nochmal. Ich könnte jetzt, genau, sehr schön. Ich könnte jetzt Blutzon aktivieren. Mach ma ma. Und sprint ma ma. Huiiii. Ich hätte den Blutzon auslassen sollen, damit ich die Bobbel zähe. Huiiii. Das geht schon ganz gut. So, Mädels. So, Mädels. Nein, es denn. Das könnte jetzt etwas länger dauern. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. So, das beide nicht verletzt sind? Ist das wichtig? Hättest du einen, müsste der Entscheidungstag schon längst abgelaufen sein. Damit bist du tot. Fangen wir hier an und geh dann rüber zu. Hallo? Mach zu. Oh, Kate. Oh, Kate. Oh, Kate. Oh, weißt du? Die Toch sind… Böse. Oh, dann kommt. Was? Sollte es eigentlich schon schaffen, bin ja mal lieb, weil das war echt mies, also die Ausgänge waren ja so bösartig gelegen. Na gut, lassen wir es gehen, lassen wir es gehen. Hey, ich bin ja richtig gut geworden mit dem Oni, oh guck mal, wow, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. So, es gibt einen GG von mir, und hier haben wir gekriegt, auch schön, auch schön, sehr schön, sehr schön, und die Überlebenden, und hier die Fang, boah, P100. Geh ich nicht. Ah, hier, anschnallen? Okay, okay, okay. Na ja, gut. Ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschön restlichen Tag, und freue mich natürlich auf die nächste Folge von Dead by Daylight. Hillerlein, bis dahin, ciao!